Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 26. Oktober 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1263, heute mit den folgenden Themen. YouTube, Price, Paypal, Dropbox, Google Home und WhatsApp. Ich starte gleich mit YouTube. Die haben nämlich ein Redesign erfahren. Zumindest auf dem ein oder anderen Gerät, auf dem ein oder anderen Account. Wie immer, rollierend ausgerollt. Das heisst, es kann heute bei euch sein, schon seit gestern oder erst in 5 Wochen. Vielleicht stellt Google auch schon wieder ein. Ne, lass mir den Scherz. Aber was ist neu? Zum Beispiel sind die ganzen Share, Daumen hoch und all die ganzen Buttons deutlich kleiner geworden, damit sie nicht so stark vom Video ablenken. Auch der Subscribe-Button hat sich verändert. Und noch ein paar andere Geschichten, wie das Bedienen, Pinch-to-Zoom und Double-Tap auf Kapitel und so weiter. Also zum Kapitel überspringen und solche Geschichten sind dazugekommen. Solltet ihr das Abo erfahren oder bekommen haben, dann könnte es sich lohnen, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Erste Geräte sind unter iOS, also die iOS-App wurde geupdatet. Aber auch die Android-App. Mal schauen, wann der Desktop und andere dazukommen. Ja, Preiserhöhungen, die werden wir in nächster Zeit noch ganz viele sehen, glaube ich. Und das nicht nur in der Lebensmittelbranche, wo wir sie schon länger haben, sondern auch im digitalen Bereich. Wir haben es ja gerade bei der neuesten Apple-Präsentation gesehen, dass vor allem der Euro, der halt in den letzten Jahren sehr in Misslage geraten ist, da Apple stärker nachgezogen hat als zum Beispiel bei uns in der Schweiz. Aber auch bei uns in der Schweiz gab es Erhöhungen. So zum Beispiel bei Apple Music oder dem, doch beginnen wir zuerst bei Apple Music. Da ist der Preis vom kleinsten, also für Einzelpersonen von 9,99, also ist er auf 9,99 hochgegangen. Jetzt habe ich ihn durcheinander, auf 10,99 hochgegangen. Am besten ihr schaut euch die Preise genauer an, bevor ich hier nicht ganz das Korrekte erzähle, weil Schweizer Franken und Euros gemischt. Auf jeden Fall, die einzelnen Abos sind um ein, zwei Währungseinheiten nach oben gegangen. Das Gleiche gilt auch für den Videostreaming-Dienst Apple TV+. Da ist es neu von 6 Franken auf 8 Franken hochgegangen. In Euro sind das von 5 auf 7. Apple begründet das unter anderem durch das stetig steigende Angebot. Und da muss ich auch Apple TV+, mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil immer wieder heisst, da hat es ja nicht drin. Nee, mittlerweile sind da über 150 Filme und Serien drin. Und zwar recht gute, wirklich gute Geschichten sind da mit dabei. Ich freue mich immer wieder mal, wenn da was Neues kommt oder eine neue Staffel von den Dingen, die ich gerade aktuell am Schauen bin. Und zu guter Letzt hat natürlich auch das grosse Abo, das Apple One im Preis, ein bisschen ein Plus erfahren. Für mich heisst das, ich bezahle nicht mehr 34,90 in Schweizer Franken. Ich zahle neu 37,90. Ja, damit muss ich leben. Und wie gesagt, da kommen sicherlich auch noch andere Dienste in der nächsten Zeit hinzu. Wir steuern auf eine passwortfreie Zukunft hinzu. Das wird aber noch einige Jahre dauern, viele Jahre sogar, wenn wir alle Geräte mit einrechnen, weil das braucht unter anderem auch performante Endgeräte. Und die erste Company, die das im grösseren Stil nutzt, also eine weltweite Company, ist PayPal. Die hat Passkeys jetzt unterstützt. Das heisst, auf eurem iOS-Device könnt ihr das einmalig für euch konfigurieren und dann loggt ihr euch immer mit eurem iPhone damit ein. Braucht dazu Touch-ID oder Face-ID, müsst dann kein Passwort mehr eingeben. Passkey, für diejenigen, die nicht wissen, worum das geht, ganz kurz, das ist von der Fido Alliance und dem World Wide Web Consortium, um die eben zukünftige Möglichkeit, wie man sich einloggt. Da hatten sich ja grosse Namen wie Apple, Google, Microsoft etc. zusammengetan, um eben in Zukunft dem Thema Passworten Ende zu setzen. Ich bin schon sehr gespannt, welche Dienste da als nächstes aufspringen und was wir da alles noch so mitbekommen. Dann hat Dropbox Neuigkeiten zu vermelden, so zum Beispiel das Dropbox Capture Feature, die Möglichkeit Videos aufzunehmen. Je nachdem, welches Abo das ihr habt, Professional, Standard, Advanced oder Enterprise, könnt ihr unterschiedlich lange und qualitativ grosse Videos aufnehmen. 4K, 1080p und eben in der Länge, da unterscheidet sich das Ganze. Dropbox hat auch Dropbox Sign jetzt offiziell eingeführt mit API-Schnittstellen für andere Software. Das heisst, ihr könnt neue Dokumente direkt in Dropbox drin unterzeichnen, damit das Ganze dann auch einen sauberen Verlauf hat. Und das dritte Update, das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwas war noch was Drittes, aber ihr seht, ich nutze Dropbox sehr viel. Ja, nur noch als Halde für Backups, das muss ich irgendwann mal ändern. Gut, Google hat Neuigkeiten bekannt gegeben, vor längerem schon, dass sie die eigenen Smart Home Geschichten in den Browser bringen werden. Die Google Home App ist eines dieser Beispiele, was kommen wird. Das erste, was jetzt kommt, auch da wieder rollierend ausgerollt. Unter home.google.com könnt ihr eure Kamera-Feeds von den Kameras und den Türklingeln mit Kamera inkludiert einsehen direkt im Browser. Wie das funktioniert, könnt ihr am besten nachlesen. Auf daily.geekdog.ch oder dem Podcatcher, eures Vertrauens, ist ein Link mit drin. Da findet ihr auch einen Link zu einem Tweet, denn gestern hat es, ähm, vorgestern ist es mittlerweile schon, nee, gestern doch, WhatsApp geschafft für ein paar Stunden offline zu sein und da hat sich die Deutsche Bahn zu Wort gemeldet und das muss ich doch mit reinnehmen. WhatsApp ist down. Glück für alle in der Bahn, die das gerade gar nicht mehr bekommen. So lustig wie das ist, so traurig ist es auch. Ja, Deutsche Bahn, Internet und solche Geschichten sind halt ein Thema. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode dann wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.